Die deutsche AfD-Chefin, das ist diejenige, die mit dem Herrn Kickl zusammenarbeitet, er sagt ja auch immer, wir arbeiten zusammen, die will aus der EU austreten und der Kickl will das auch, er traut sich's noch nicht sagen. Und was bedeutet das? Das würde bedeuten, dass wir kein gemeinsames Europa mehr haben, also weder Sicherheit haben, keinen Wohlstand, dass uns die Russen mit ihrem Gas noch mehr erpressen werden, dass sie uns bedrohen werden, dass wir also nichts mehr haben, was wir gemeinsam haben.